So, auf zur nächsten Folge Let's Play League of Legends. Heute spiele ich mal meinen Lieblings-Champion, Super Temo. Das war mein erster Champion, den ich mir gekauft habe. Auf einen Tipp von einem Kumpel von mir, den ich gefragt habe, was für einen Champion ich mir holen soll. Und er hat gesagt, hol... und ich habe so gesagt, ich will einen richtig nervigen Champion haben. Und da hat er gesagt, hol dir Temo. Und ich habe ihn mit Temo geholt und habe mich sofort in ihn verliebt. Unser Mikoglu ist auch wieder dabei, heute mal mit Shen. Und Xanathos mit Ash. Warum habt ihr eigentlich nicht getauscht? Ja, weiß ich nicht, ist egal. Ich spiele Ash auch gerne. Ja genau, er will carryen. Ah ja, dann haben wir halt noch eine Diana und ein Kragas. Sehr schön. Kaufe mich eher, wie ich Top-Spieler dieses Amulet-Ding hinzuheu, ne? Ja, komm, schnell. Ja, dem siehe. Ich weiß nicht, wir haben halt ein bisschen komische Teams jetzt so. Ich wollte unbedingt Top-Spielen, weil ich war jetzt zwei Folgen AD Carry und jetzt wollte ich kein AD Carry spielen. Fabian, wir haben ein Problem. Weil? Falsche Mastery? Nein. Anna? Gut, ja, ich habe Konzentration-Schwäche gerade. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ah, passt schon. Ich glaube, ich habe wieder diese Migränen-Anfall. Was soll denn das? Trink ein bisschen Energy, das geht. Ja, dann mache ich schon die ganze Zeit. Ich glaube, das war uns auch einfach gerade. Egal, nein, wir werden noch mehr trinken. Auf einen neuen Schluck wieder. Ach, und wenn schon. Wir haben ja den, den, den Asche, die Asche, der Asche. Und dann geht er schon. Ja, der wäre, wäre schlecht, wenn du als AD Carry nicht aufpassen könntest, was du lastet ist. Ja, das ist das, deswegen bin ich recht wohl, dass ich gerade Shen spiele. Stell dir vor, ich klicke die ganze Zeit auf den Cream und treffe irgendwie gar nichts. Also einmal ein Messer von oben, am besten nur den, der Asche. Okay. So, ich habe mal ein paar Themen für uns so aufgeschrieben, die wir vielleicht machen können. So, über die wir reden können. So, über das Game jetzt aber, weil ich will ja so nicht so ins Private von uns gehen. Sonst kennt uns ja noch keiner so lange. So ein bisschen Map-Kontrolle. Also Wards kaufen. Kaufen. Früher war das ja immer so bei den Low-Levels, einfach nur der Supporter. Der muss alle Wards kaufen fürs ganze Team. Was sagt ihr denn dazu? Ja, nö, nicht nur der Supporter sollte die Wards kaufen. Ja, das ist einfach Blödsinn, der kann ja nicht auf Top laufen. Die ganze Zeit. Ja, also er kann ja, er kann. Meistens gar nicht genug Wards kaufen. Genau, genau, der hätte ja gar nicht, der hätte ja nicht das Geld dafür, um das zu kaufen. Das ist ja total der Blödsinn. Ach, jetzt. Hey, hey. Was, das ist natürlich nicht gut. Ja gut, ich versuche mein Bestes halt, ne. Ja. Aber das wird schon irgendwie. Auf den Schock trinke ich erstmal noch einen Schluck Energy. Ach, Mann. Die im Wasser eingreifen mich immer an. So. Ah, nebenbei noch einen Schluck Wasser. Aber bin ich jetzt vielleicht ein bisschen Noobie, weil ich mir Heal mitgenommen habe mit Temo, aber... War ja eher ein Außersehen. Ja, ich wollte ja, ich wollte ja einen, ich war noch die Voreinstellung von... Ich, ich empfehle euch nicht. Du empfiehlst uns, ja? Ich empfehle euch nicht, nach einem Schluck Energy direkt einen Schluck Wasser zu trinken, das schmeckt nicht. Also warum machst du sowas? So Abfallwasser, ne. Abwässer, das mit Wasser und dann nach, also das direkt nach einem Energy-Schluck, das ist also der Knall, ja. Ach, nein. David, du musst den Ash sparen, um die Leute zu dashen. Ja, 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 aber wenn ich dich erstmal saven will, dann lauf, schau ich dahin, damit es ist egal. Ja, das ist egal, dann das nächste Mal, dass ich nicht sterben, oder was? Was soll das? Es geht schon los hier. Ja, denn. Ah, der pusht aber ganz schön hier, der Junge. Pusht aber ganz schön. Aha, ja. David. David. Ich lebe noch, ich lebe noch. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich will. Ja, ne, ich muss backen. Ja, toll, und ich? Ach ja. Du bist noch etwas defensiver als das, was du gerade tust. Ja, ich sag ja nur, ich bruch mir das. Nein, der Bildschirm geht aus. Ich bin schon wieder, ah, jetzt geht's hier das. Irgendwie hab ich da zurückgegeben, ich meine, jede Runde, jede Runde fliege ich kurz raus. Das sind zwei, zwei, drei Sekunden, wo mein Bildschirm komplett schwarz ist. Das ist aber nicht gut. Hey, lauf doch hin. Oh, ich krieg da nicht hin, ey. Los. Das denn. Ich hab glaube, ich schief viel Angst vor dem. Ich hab glaube, ich schief viel Angst vor dem. Hey David. Hier, oder? Ja, ich, mich greifen die Vasallen an, wenn er sie angreift. Was ist das denn? Links, zwei, drei, vier. So. Ja, worüber wollten wir jetzt reden? Oh, schön. Map-Kontrolle. Dass der, dass der Shen auch genug Wards kauft. Auch für mich. Davon träumst du vielleicht. Du hast doch Teleport dabei, oder nicht? Nein, jetzt weiß ich, was du vergessen hast mitzusehen. Ah, ja. Ich wollte die ganze Zeit, irgendwie wusste ich, irgendwas mach ich falsch mit Shen. Ich nehm die ganze Seite, oh, du bist gegangt. Ich nehm die ganze Seite, oh, du bist gegangt. Oh, bitte, erschreck mich doch nicht so. Also nicht du wirst gegangt. Ja, deswegen ja. Der Fabian wird gegangt, also die Asche. Das Asche wird gegangt. Da unser Shen ja keine Wards kauft, muss ich das nicht kriegen. Weil, weil ich noch nicht in der Base war, mein Freund. Du musstest schon back-and-shoppen. Ich weiß nicht. Jaja. Ah, Hauptsache, wir verrenken nicht. Hauptsache der Supporter wird wieder angeflamed, ne? Es ist wieder so, klar, ne? Ich komm weg. Ich hab ein schöneren Shyvana-Skin. Irgendwie sind wir bessere Supporter, also bin ich ein besseres Supporter als der. Einmal viel zu Aggro-Sip. Mein Englisch ist grottig, Leute, tu mir leid, aber ist einfach grottig. Eckriff 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 Oh, jetzt wartet die hier auf mich, ey Ich glaub, das Energie wirkt Zockerfiff Oh, die Junge, lass mal holen Später, boah, das gab gut Nein Das war gemein Mann, oh Oh, oh, oh Warum wartet die hier oben auch auf mich? Was ist das denn für eine? Weil der Junge hat gewartet? Jaa Was ist da? Ey, was ist denn das? Alleine hat er keine Chance gegen mich Wirklich Nein, jetzt kriegt das aber Oh, meine, meine FPS sind richtig schlecht hier grad Ich werde die Gegend ausspielen Äh, Krager Krager ist einer, egal Hauptsache Unterstützung Ihr könnt ja auch mal vorschlagen Schreibt's in die Kommentare Welche Champions ich vielleicht spielen soll Das ihr vielleicht sehen wollt Ja, es geht auch für Es gilt für jeden Ja Schreibt einfach mal hin, welchen Champion ihr gerne sehen wollt Dann werden wir das schon schaffen Wenn ich nicht hab, dann ähm Muss ich ihn Wohle will einkaufen Aber das wird ja kein Problem sein Aber das wird schon Wenn ihr jetzt nicht immer nur 3000 Äh, 6300er haben wollt Dann klappt das schon Ultis Ist ja die Cool, ne? So, äh Tower Dive? Nein, wollen wir nicht Das blöde ist halt Ich kann nicht bei euch gucken Das ist ein bisschen schade Au Au Aber ähm Wenn ihr vielleicht jetzt Guckt wie ich Temo spiele So werdet ihr vielleicht nie Temo spielen Aber ich spiel ihn halt immer so Und Bitte meckert mich nicht an Wenn ich ihn anders spiele Wie ihr ihn vielleicht spielt Äh, das ist 120 Muss ich einen Ticken schneller Aber Warum hat der denn jetzt gepinkt? Was soll das? Ach der hat zu mir Ach der hat zu mir Das mit dem, das mit dem, das mit dem Und das mit dem Und dann hab ich das Ah, 3 Worts reichen erstmal, ne? 3 Worts 3 Worts 3 Worts Die Flasche ist fast offen Denn die fliegt erstmal fast vom Tisch Ehh Au Ich werde die Gegend ausschrieren Allein Läu Läu Action, hier Jetzt trinke ich auch einen Schluck, ja? Ne Ne Mm Ich werde die Gegend ausschrieren Ja, Leute, also Ich supporte so gut wie nie mit Chann Und jetzt bin ich echt Ich hab Kopfschmerzen Ich werde gestresst Ich kann nicht mehr in Ruhe trinken Ja, ist das so schlimm ja auch an meinem Pilz ganz elegant beim Pilz vorbeiläufe ich hab gute Laune, was wollen wir mehr? Och nö was auch nö hat die Ulti auf mich gemacht Och nö, Laune wollen wir nicht, Dave Wie viel Laune, die kannst du nur, ja, 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 ich merke schon Hey, hallo, hey, du hast dein Pinkwort gesetzt, den mach ich kaputt, den mach ich kaputt Ey, hohle ich auf mich Aaaa Ey Geh schnell auf dich, lass liegen Jetzt tippst du auf Ich hab Angst vorm Vladimir Towerdive mich doch nicht, oder auch doch, tun die doch So ein Mist Weil die haben viel zu viel Life gehabt Nein, ich bin gestorben Ich tricke, ich tricke, ich tricke dreimal daneben, ne Ich tricke dreimal daneben, um ein Moor zu kaufen Du tricke dreimal daneben Nein, ich tricke dreimal daneben, nur weil ich ein Moor kaufen wollte Ich brauche ja nur eine Viertelstunde für So langsam wird das Bild schwarz, also, ob es am Bildschirm liegt oder ob es an mir liegt, ich weiß es nicht Egal Schön Weil der Towerdive macht unseren Turm kaputt Erstatt die Meldung Die Meldung Mist, meine Ultimae zu spät Ja, zu früh Zu früh Zu früh Oh, eine Shyvana, ah, die schaff ich doch, die schaff ich doch Die da ist Level 6, komm her, komm 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 Läuft sie weg ey, was ist das denn? So, David, ich last hit den einfach, nur Ich mach noch gar kein Damage, das ist blöd Na, das ist das Gute, du hast, du hast, du hast, Ash, du kannst einfach Last hit den, wie nichts gut ist Ja Ha 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 Waaah Lass dir doch nicht so ein Damage eindrücken, Menno Mir? Ja, du dir Ja, ich doch nicht Nö, ich doch nicht Ich bringe ihnen den Heal dran Welche Tass ist das? Da die Heal Ja, das kommt David Keiner Nein Hm, läuft doch Mach ich geh mal die Base, hab eh kein Mana mehr Wollte ich da halt nicht klauen, ne? Hätte ich eingegriffen, hätte ich den, glaub ich, so gut Och Shyvana, lauf doch nicht durch meine Pilze Mano So, Tor, jetzt bist du dran Ich werde die Gegend ausspähen Ah, der will mein Tower machen Jetzt aber schnell hin Los, 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 los Ah, der kann ihn nicht machen Hihihi Hör doch mal auf durch die Pilze zu laufen, wirklich echt Und tot So, ich komm wieder runter Muss mir gleich mein Herz aus Gold kommen, wenn ich das Geld zusammen hab, ey Langsam wird's mal Zeit Wenn ich schon hier bin Wirklich einfach Jetzt hat er ja keine Lust mehr auf mich, oder was? Jetzt geht er vielleicht mir einfach in die Mitte Ja, das würde ich auch erst halt machen Jetzt kommt er wieder hoch Aber jetzt war ich schön, schön Pilz hier hin Läuft er erstmal durch alle Pilze durch Hihihi Glaubst du mit David? Ja, sorry, ich wollte nur mal kurz ein bisschen Gold haben, damit ich mein Herz aus Gold endlich hab Achso, ja, okay, das... Da ist er Ja... Probier ich mir den auch nochmal kurz Oder auch nicht Ne David, gehst du nicht Ich merke das schon Was macht die Diana da? Ah, ein Creep oder so noch Okay, ich muss weg Weg, ja! So, ja, das war's Ich geh kurz weg, wo mir Herz aus Gold, dann komm ich wieder Zwei dich hier Ich hab meine Ulti nicht mehr Hm... Na, da bin ich nicht, Vladimir Hihihi So, lauf hoch durch den ersten Pilz, danke Jawoll, verlieren noch mehr Leben Und durch den zweiten, danke Na, schön Komm, stirb! Na, ha, ha, ha Egal, Hauptsache, Feuert Jetzt kann ich Base gehen Mensch, ich will mein Herz aus Gold kaufen Das ist schön Dass die Gegner immer wieder stressen, hier, ne? Herz aus Gold Bis zusammen Jetzt, ah, ich bitte mal wieder ein Wort Muss ich mir mal wieder kaufen So kann's weitergehen jetzt hier Nach Herz Gold kaufen hier Warmog erstmal, ne? Da ist Giovanna Kann man machen, muss man aber nicht Sagt er Ja, gezwungen, wirst du allgemein nicht, ne? Ja, okay Egal! Jawoll! Komm her! Du findest die Ehre im Tod Oh, ich bin ja schon da Die Vayner zwei Kills Nicht gut, David Nicht gut Wieso hat die zwei Kills, das macht die da? Ich hab einen Tod Ehhh, ich bin einmal gestorben und der ist einmal gestorben Aber ich hab einen Kill aus der Mitte mitgenommen, ja? So nett war ich Na gut Ich hab die Dingens, die oben ist Ich hab die Dingens, die oben ist Die Shyvana gesaved, die wollen mich grad töten Die töten mich auch grad Yo! Wie viele Stunts! Alter, Späte! Drei Stunts oder was war das? Muss ich mir jetzt mal gucken Ich, ich, ich Die haben fünf Sekunden Schaden auf mich gekloppt, ne? Und ich konnte mich, ich konnte mich einfach gar nicht mehr an Ich konnte gar nichts machen Stun Slow Stun Stun Ohhhh, das ist mein Schädel, ey! Alter Was machst du denn auch? Ja, keine Ahnung Gar nichts, das ist das Problem vielleicht Kopf, konzentrier dich, dann geht das wieder Sei brav, Kopf, und konzentrier dich Sei ein feiner Köpfchen Geh dir die Dingens aufstehen Barserker Barserker Es läuft doch Ein Beschlörer ist zurück im Spiel Erstatte Meldung Ich war sowieso schon fast da, Mensch Boah, ich weiß nicht, ob es so etwas überlebt hätte Das wäre ich zu kurz gelaufen Links zwei, drei, vier Ich wurde kurz Ja, die haben mich gewordet. Bin schneller wie du! Oh, Mann. Jo. Hm. Was macht ihr da? Ja, schön. Alter, die Wayne geht ja schon ab. Ich muss mir, glaube ich, mal langsam Schuhe kaufen. Geht ja mal gar nicht. Hm. Das ist nicht so cool. Aber der Kragas hat schon kackelt. So, manchmal haben wir ein Pilzweil weiter hier. Warte da. Stillschein hin. Können sie ja Slalom laufen, wenn sie wollen. Erstatte Meldung. Die kommen hoch. Wir wollen euch verklappen. Ach, ja. Oh, die laufen auch zur Zeit rum, ist gut. Oh, die machen einen Dragon. Die haben einen Dragon gemacht. Nein. Warum macht ihr sowas? So, ich stehe noch einen hin und gehe in die Base. So. Ja, chillt mein Leben. So. So, so, so. Komm, ich krieg ein paar Worts hier. So. Ja, ich bin tot. Äh, ist das übel. Die haben Schaden, Mann. Na, ein Idiot. Äh, passiert. Ja. Guck mal, ich mach das jetzt bis zur Mitte in den Wald, ja? Jawoll. Hm. Ich find, der sieht schön aus. Also, gankt werden kann ich nicht mehr. Na, weg, 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 hier. Ey, yo. Ha, das ist doch die Wehne, ey. Das ist doch so krank. Ach, läuft er weg, ey. Wie ist der? Soll ich mal die Wehne kaputt machen? Ha. Ja, wäre gut. Komm, wir haben gleich mal runtergeschneit. Weil ich bin am überlegen, mir gleich einen Dornpanzer zu kaufen. Ich hab keinen Bock... Ah, das bringt auch nicht. Die macht viel zu viel True Damage. Hm. Na, warte. Ich muss noch den Tower hier kaputt machen, dann geht das. Ich probier's jetzt halt schnell. Wenn die nervige Shyvana nicht kommt. Ich probier's jetzt mal. Ein Gegner wurde getötet. Ich war grad geslowed gewesen. Oh, der, sein, äh... Ist man da geslowed? Ich weiß das gar nicht. Ah, das ist doch böse. Ah, schade. Das läuft irgendwie nicht so, wie's soll. Hm. Hm. Na warte ich mal auf ihn. Euer Team hat einen Tund zu schanza. Oh, schön. Olololololololololol Trolololololololololololololololololololol. Ach, das läuft schon irgendwie. Niiiin! Ich bin toot! Und der lag dich einen weg, ey, komm Ich kann zwar nicht gucken, aber wir kriegen ja bestimmt noch irgendwie hin Mano Blödes Ignite Dann geh ich mal wieder auf Roadlane Auf durch den Pilz Komm So, jetzt hab ich ein bisschen Leben Also ich baue immer so, erstmal ein bisschen Fähigkeitsstärke und dann hole ich mir immer Leben Jetzt halte ich auch genug aus, um gegen den zu kämpfen Ein Verbündeter wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Links, zwei, drei, vier Wenn ihr die Musik nicht mögt, dann sagt's was Dann kann ich die auch ändern Ich mag die Wow, jetzt ist die Actions wieder Oh nein, ich sterbe auch Oh Ach, Vladimir von vorne, ey, was soll das denn Ich glaube, das hakt wohl Ein Turm, ein Turm zerstört Ja, meine, haben wir ein Turm, ein Turm zerstört Ich dachte, ich mach das weiter Ja, jetzt komm ich mal Mitte Ich weiß, ich weiß ja nicht, ich muss nicht mehr wissen Ich muss mir mal ein Riesengürtel kaufen, wenn ich kann Und warden sollte ich mal Was ist denn mit Rain, ist die so gefiel? Wie viel hat sie denn? Ach, drei Ach, drei, Infinity Age und sonst nichts Oh, läuft Ja, mal suchen gehen In sechs, fünf habe ich auch Ulti, im Notfall Bin ja immer optimistisch Oh, drin Okay, gegen den habe ich keine Lust Nein, nein Gegen zwei Nee, das ist unfair Die Schubel Wieso habe ich denn mehr Leben wie du, David, was soll das? Ja, weil ich gerade durchgehend am Horst kaufen bin Mein Freund Drei Stück unten, ey, was stressen die denn da wieder Ja, Max, du hast auch mehr Leben, weil du fünf Level über mir bist Schon mal dran gedacht Ich weiß nicht, dann ist das Haus mein Leben Haus So, deswegen, ich spreche jetzt für den ganzen Riesengürtel Ja, jetzt geht's, ne? Wir haben das bessere Team Wie man sieht Wir haben nicht uns bereit Oh, schade Ich komm nicht ran Egal, Turm Schade, schade, schade Guck mal hier, Baron Äh, Schrecken Ha, immer Baron, ne Das ist immer Baron Irgendwo bei mir eine Spinne ist irgendwie Ah, ne, ich brauch noch ein bisschen Das weiß ich Noch Ein bisschen Boah, ist doch schön Links, zwei, drei, vier Hm, 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 hm Ach komm, ärgern wir die noch mal ein bisschen Macht gerade Spaß Ich geh mal kurz shoppen Ich kopf mir jetzt mal den fetten Gürtel, ey Wird mal Zeit Da war ein Pilz Entschuldigung, wollt ihr Scheiß sagen Ich werde die Gegend ausspähen Hm, ihr guckt doch ein Dragon da, so ist aber nicht Haha, Edge, Edge Da war noch ein Pilz Hallo Shyvana Unsinnbar Tschüss Ah, du gibt Pilze noch Ah, ah Der Waffen ist unbereit Da laufen sie alle weg wieder Da laufen sie alle weg wieder Da laufen sie alle weg wieder So, Typisch, wir haben einfach nichts zu spielen Ja, machen wir dasselbe Na, ich habe aber kein Mana Menno Oh, no, er ist das nicht los Oh, da sind ein Pommier Wladimir, Wladimir, schnell Wladimir, Wladimir, schnell Ok Lalalalalalalalalala Laufeń, wir mal hinterher Und hau zoi alle tot Und wenn sie alle tot sind, dann sind sie alle tot Ja, that ghostshirts Da ist er doch, da ist er doch, da ist er doch! Ich würde ihn kriegen aber, ich will es gar nicht. Warte mal hier, Barone. Noch irgendwo ein Ward. Warum haben die keine Wards? Ich glaube, wie viele Pink-Wards durch die Gegend, die haben hier nix Wards stehen. Was soll denn das? Aber war doch nicht das Game für Pink-Wards. Ja doch. Kauf dir lieber ein Orakel dafür. Ja, ernsthaft. Und stell dir normale hin. Lieber ein Orakel standen drei Pink-Wards. Ja, wir haben gerade nichts zu tun. Da stand die Meldung! Warum sollten wir bei sich selber bei dem Blubuffen ein Ward haben? Das ist der jetzt nicht für die gedacht, der ist für uns gedacht. Wenn ich sowieso keine anderen Wards dabei habe, ja? Noch mal dran gedacht? Mir wurde gesagt, ich soll hier ein bisschen mehr Warden. Jetzt ist das ein Game, jetzt ist das ein Game, wo ich nur am Warden bin, ne? Und jetzt... Beck hat ja auch schon wieder rum. Warum denn da gesagt, nice Map-Control? Ja, würde ja auch mal sein. Ab und zu bin ich mir nett. Ah, guck guck, da! Siehst du dir das an? Du kannst jetzt warten. Dann kannst du gleich hin und hier den Blubufflauern. Na gut. Erstatt die Meldung! Und? Nice! Jetzt läuft sie und zack und zack und wir auch noch ab. Und auch nicht. Doch! Also, Blubuff-Cloud mit wollen wir mehr. Hat doch alles geklappt? Ja, ich musste meinen Flash einsetzen, aber wie blöd die waren und einfach so nicht... Ihn nicht mehr weiter gehittet haben, da war ja... Und dann beschweren lassen sich, warum setzt du Warden beim Blubuff, ne? Ja, ja. Ja, dafür. Jetzt weißt du, warum ich Warden setze beim Blubuff. Nein, die Frage ist nicht nur Warden beim Blubuff, sondern warum du einen Pink Warden beim Blubuff hältst. Weil ich einfach keine anderen Warden momentan dabei hab. Ich muss mit deren, deren, deren Jungle wieder Warden, ey. Ich hab mir zu viele, also wenig Wards. Ah, doch Krass. Hinter dir! Run,ının! Doch, jetzt army! Ach, jetzt gehよろしく! Ah, ich hab's durch die Wand g- prompted verdient! Hast du verstanden? Ah, ich dominant hier! Ah, und dann das wird敦mini wohl um die HaСmung liberty! Ich muss da schnell hin! Oh, was macht dieentere... Wir müssen da unten schon wieder los, ne? So, dafür hab ich hier dabei, das ist cool. Vladimir kann nichts anderes außer Backdoor'n. Ja, ne? War in dem anderen Game ja auch nicht anders gewesen, ne? Macht er jetzt so viel Damage schon, dass er das schafft? Ach, der hittet immer noch die... So läuft's auch. So hab ich's auch gar nicht. Aber der Tower-Dive vielleicht, der Vladimir. Aber jetzt... Ja, oder auch nicht, ich geh lieber. Ne, lass mal abhauen, ich hab kein Bock mehr. Jetzt hab ich Angst. In 29 Minuten, ich hab einfach nichts gekauft, außer Awards. Tja, was kaufe ich mir denn jetzt, was... So kann man ja nicht den Vorder auch spielen, ne? Ja, aber es läuft doch, wir wissen fast immer, wo die sind. Schön, wir wissen mehr. Damage haben durch die Pizza. Und die haben immer noch nirgends was. Oh, mir jetzt ehrlich nen Orakel, ey. Ach, joo, das wird ein schönes Game. Oh, Vladimir, komm, jetzt bring ich dich um. Jetzt hab ich voll Leben. Ich komm mit. Okay. Deine Ulti wäre geil. Ach, wenn er da nicht so gut ist oder ähnlich ist. Okay. Ich fühle das. Oder weggelaufen, wenn du nicht hinterherläufst. Ach so. Das hier alles. Hm. Wie viel Leben er verliert, hm? Fischt mal die hier. Au, das wird... Ah, ich rennen. Ah. Dankeschön. Oh, der Scham. kommt nicht und bereit. So, jetzt kann ich ja direkt wieder in die Base zurück, ja? Ah, warte. Ich brauch noch hier so n, ähm, Dingsbums. Ah, der wird ja reiß wirklich auch dauernd raus. So, jetzt kann ich in die Base. Ah, na, 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 na. Hm, 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 hm. Obwohl ich nur ein 20er, ähm, FPS habe, ne? Läuft das recht flüssig. Ha, ist doch gut. Ja, das freut mich. So. Ich bin ganz kurz weg, like. Ja, bin gleich. Wohohohoh? Ohohohoho, schau. Boah. Ja, ich kann nichts machen, mein Freund. Doch, Ulti spielen. Ja, hab ich ja nicht. Ach so. Komm zu mir, mein Freund. Bis dahin bin ich tot. Ja, wie sind meine daneben noch? Oh, danke schön. Der fiel sich doch überflägt, über den einen Bild. Siehst du das? Und, und, ja, Leona läuft ruhig. Wie lange sie dich fühlst. Leona, lauf, denk mal. Ja, diesmal ist das ein Game, wo wir die Map eigentlich fast gut sehen, weil ich einfach nur Wards kaufe. Ja, ich mit meinen Pilzen halt, ne? Ja, du hast deine Pilze, dann stehen hier überall noch ein paar Wards rum. Hm, ich bin da, ja. So ein bisschen was. Soll ich auf unser Jungle Warden? Ja, mach ich mal. Boah, dieses Game ist echt ein bisschen übertrieben geworden, finde ich. Hey, geh weg da vom J-Barren, du saßt hier voran, ey. Ge weg, geh weg. Der Blue-Waff ist da, ne? Wo läuft die denn hin? Der hat da ein Wort reingestellt, hier. Hm? Ja, die ist hier irgendwo im Jungle. Da, seh du. Links, zwei, drei, vier. So, Reloids, da bin ich wieder. Oh, für die haben wir das. Aber Reloid geht alles vor, ne? Ja, klar. Ey, wenn die sich executen will, dann bin ich doch bereit. Ha! Jo, ich hab noch ein Sist bekommen. Ja, läuft. Gehört auch ganz okay, ne? Ach, der rieb mehr mal an. Wie weit sind wir hier? Hast du Blue-Waff gelaut? Nein, ich hab's versucht, es war ganz... Ah, gerade. Hätte ja was gehabt. Verwollen wir jetzt alle mit und einfach mal durchrennen hier. Ja, lass mal machen. Guck dir die, guck dir deren Jungle an. Also, die können nicht so schnell weglaufen. Bin ich wieder. Hey, hab ich gar nicht gesagt. Ich werde die Gegens ausgehen. Ja, ich hab Ulti, ne? Also... Aber nicht so viel schade. Ha! Ha, ist denn das auf einer? Jawohl! Ihr Team, um den Team zu stehen. Hey! Hmhm. Was ist da alles? Ja, komm, lass es weggehen. Ja. Au! Ihr Sterben! Die ist ja nicht mal durch meinen Pilz gelaufen! Ja, ich hab mich aufgemeldet. Und tschüss. Hahaha. Aber, ey, jemand hat die A gemacht. Bleib mir in den Player. Ja, lass ja los. Ey, ich weiß meine Ulti erst mal seine Ulti. Ey! Hmhm. Ja, du stimmst doch schon länger so. Uah! Was ist da los? Was ist denn da für ein Damage gewesen? Was ist denn da für ein Damage gewesen? Haha. Voll lustig. Ich gehe Toplane. Nein, ich will nicht sterben. Oh, Mann, oh, ich bin blöd. Hmhm. Toplane, ne? Also, wäre ja gut. Aber, wie gesagt, das Game ist ganz schön, ja, Map-Controlling, ne? Ja, ich hab zwar keine Kills, aber ich hab einen richtig guten Farm. Hmhm. Ich hab zwar weder Kills, noch Farms, noch Unterstützung, aber ich hab Wards! Hahaha. Warum? Du hast ja genug Unterstützung. Guck doch mal. Zwölf Stück. Ja, mal guck dir meine Krippe. Hahaha. Hahaha. Zu, 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 zu der Uhrzeit von dem Game, zu der Uhrzeit. Zu der Zeit vom Game ist meine Krippe echt grottig, aber ich hab, what? Und wir wissen, wo die sind? Hahaha. Hahaha. Ja, jetzt ja nicht mehr. Jetzt sind alle Wards weg. Ja, ich bin ja unterwegs. Da hast du ja wieder 10 Wards gekauft, du hast. Ja. Hahaha. Map-Controlling halt, ne? Hahaha. Na, dadurch gewinnt man ein Game. Hahaha. Ich hab jetzt mir Shen gekauft, ja. Sheen. Nicht Shen. Shen. Sheen. Charlie Sheen. Ah, das ist ein Shyvana. Siehste? Siehste? Ich werde die Gegend ausspielen. Ich weiß nicht, sie wollen von der Wain sterben. Haben die Spaß an, glaub ich. Achso, cool. Ja, gut, ne? Mhm. Ja, find ich cool. Was macht der denn da? Er starte Meldung. Haha. Haha. Setzt er sein Stundenglas ein? Haha. Oh. Ich frage jetzt nicht was er da macht, sondern warum er das macht. So, ich komm mal vorbei. Ich muss eigentlich mal einen Bluetooth aufladen, aber hier sind leider keine Dreams. So. Mhm. Man sieht so ein bisschen die Map, ne? Achso, jetzt kann ich wieder helfen. Du wirst auch nicht wissen, dass wir noch mehr Wars sind, oder? Ne, David, du hast ja keine Wars, ne? Ne, ich bin gerade alle aufgeraucht. Die Wars sind gerade leer. Muss man wieder shoppen gehen. Aber man weiß immer, wo die sind und wann sie kommen und was sie vorhaben. Das kann man sehen. Haha. Das ist einfach alles. Und wir können immer nur hin und her rennen. Jawohl. Muss man irgendwo pushen, ne? Weil wir pushen doch, ich push doch die ganze Zeit rennen hin und her. Hin und her. Oh, jetzt muss ich ja weg. Oh, jetzt muss ich ja weg. Ah, lauf und dein Leben, du schaffst das. Na, ist gut. Ich will nicht einfach in Tod rennen. Wir waren jetzt auf die Beine und... Wir waren jetzt auf die Beine und dann holen wir die Tod. Und dann sind wir glücklich. Aber ist es euch aufgefallen? Ich hab nur deren, äh, deren Jungle gehornet. Ja, wir müssen ja nur deren Jungle warnen. Ich weiß nicht, was würden wir könnten machen. Du hast da. Lass uns mal Baron machen. Lass pushen, wenn wir alle zu dem hier unten sind. Wir sind hier vier Leute. Oh, Gragas hat seinen Ultimate gefailt. Ja, ich hab fast kein Leben mehr. Da muss einer pushen. Ja, deswegen machen wir jetzt Baron. Weil die kommen sehen wir das ja eh. Das sieht schöner aus als einfach nur so. Außerdem haben wir jetzt genug gewartet, um das machen zu dürfen. Ja, ist gut. Wir sehen das ja, wenn die vorbeischauen wollen. Ich brauch den Blubuff von denen. Ja, brüll mich nicht an, du hast... Weißt du? Und dann klaut die mir den. Ey. Baron brüllt mich voll allen einfach an, ey. Aber ich kann ihn gar nicht tanken. Herr Kragas tankt ihn doch. Das ist schon fertig. Das ging ja schnell. Ja. Nein, ich hab doch draufgekriegt. Ja, da liegt noch was. Das war nicht so schnell. Nein. Das war nicht so schnell. Das war nicht so schnell. Ja, das ist gut. Lebt der Kragas noch, ja. Ich hab ihn gemacht! Ne, Diana lebt noch. Boah. Wollt ihr im Planen etwas zu bauen aus dem ist? Ey, kaum zu glauben. Guck mal was ich geschafft habe zu kaufen. Wollt ihr im Planen etwas zu bauen ist? Hm? Das ist das nicht faszinierend. Mein erstes Item, was fertig ist. Nuhu 740 Minute und der hat wieder ein Haufen Hey wie wenig Damage die macht! Was ist denn mit der los? Riona, das ist Riona, die ist tankt aus Nein! Ich meine unsere Diana Riona ist... Ich meine Diana, die macht kein Damage Ja, weil die Riona einfach so... sie hat schon 150 Magic Resist und die Riona hat null Magie Dringung Oh null AP Und auch nicht wirklich AP, das ist die Sache, die spielt die Diana nicht so wie ich Ich würd Schaden machen So, jetzt muss ich erst mal deren Engel wiederholen, ey, einfach weil wieder alles weg ist, ey, was soll denn das? Warum gehen die Wurz so schnell zu Ende? Links 2, 3, 4 Ja, der Waffe lässt sich hinter mir, ich hab ihn im Zügen gehört Ah, Bällen bräuch ich ja nicht mehr an Und einfach mit Drakens Außerdem haben wir ja noch Pilzen Eben, wir haben noch einen Pilzen Oh, erst mal die linke Seite, rechts ist ja schon recht gut gepilzt Ich brauch noch 100 Gold, dann hab ich mein Guardian Angel Häh, Red Love ist sogar da Oh, da kommen sie Nee, wo bin ich rein? Ja, weißt du, was macht ihr denn da? Ja, es tut mir ja leid Weißt du, beide, beide, keiner drauf von den beiden Na, dann klaut er hier, dann holt er sich nicht hier Ja, warum geht denn gar jetzt auf die Vayne? Ich bin tot Genau, doch nicht Ja, Leute, hilf mir doch, Vayne Ich tauchte sie nicht nur zum Spaß Nein Warum laufen die anderen einem scheiß Pilz vorbei? Das gibt's doch gar nicht Ich konnte meine Ulti nicht aktivieren Ja, ja, lauf runter, lauf doch weiter runter Das ist doch nicht wahr Nein Kriegst sie noch? LOL Triple, dann Nein Oh, war nice Ist ja noch irgendwo ein Pilz Nee, das gibt's doch nicht Wie du durchgehend Null Leben hast und erst mal meine noch holst Oh, Mann Er hätte Salve machen müssen No, Triple Jetzt kommt der Temo Der schnelle Temo Alter, wie schnell ich bin 483 So, du musst irgendwo die... Nie wieder irgendwie müssen wir platt machen Na, ich push jetzt hier ganz schnell Ich dachte nie, wir entfühlen Ich will, dass wir Kaga spielen brauchen Das ist ja traurig Das ist Jasna Ja, haben die doch geschrieben oder nicht? Ja, haben die doch geschrieben oder nicht? Ja, haben die doch geschrieben oder nicht? Ja, haben die doch geschrieben, dass die... Wie wir jetzt sind So Egal David, lässt du mir in den Topf haben? Ja klar, lass ich ihn gehen Oder da wardest du wieder in den Topf Ich warden Ich habe so wenig Übersicht Ich habe gerade zu wenig Übersicht Ich habe ja viel Freizeit Ich habe ja viel Freizeit Schau dir mal an, was ich gemacht habe Guck mal her Ich weiß gerade nicht, was hier Sache ist, ne? Warum denn das ist der Punkt? Erstaat die Meldung Oh, jetzt meine Hände an hier Ah, zu lustig Ah, das war... Hau! 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 Irgendwie was, was mir was bringt. Brüder! Warte! Warte! Fett euch mal weiter! Hier! Genau hier! Bitte! Die Einzige, die mich töten, ist die Wien. Das ist eigentlich nur Wien, was tötet. Der Mitte ist es wieder oben zu beschlossen. Der Ausgang ist hier drüben. Oh nein! Was soll ich denn da alleine machen, ey? Der Gegner hat einen Tipp. Warum verlieren wir denn jetzt? Was ist denn jetzt los hier? Weil wir nicht mehr im Team laufen. Ja. Wir haben die ganze Zeit im Team gespielt und jetzt... ...spielen wir nicht im Team. Deswegen verlieren wir. Jaaaa! Weil die uns mal eins... Warum ist mir doch alle alleine gelaufen? Das ist das Problem, deswegen verlieren wir, weil wir einfach schon einzig drin sind. Einzelne Spielstück wieder hoch geholt, also weggebaut. Was ist jetzt auch unsere Niederlage? Ja! Ja, ernsthaft! Ach Mensch! Oh, guck dir Wayne an! Es ist nur Wayne gewesen. 24-9! Es ist nur Wayne, der reift von immer. Easy! Oh, ey, weißt du, wenn Leute sowas schreiben... Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen erstmal... Ja! Na ja, Leute! Unsere erste Niederlage! Oh, ich finde, wir haben nicht schlecht gespielt! Na ja, ich hab ein bisschen gefailt, aber... Ist doch egal! Ist doch nur Spaß, ey! Ist doch... Es ist ein Spiel! Passiert halt! Aber die Map war... Ihr habt gesehen, wie man durchgehend die Map da belichtet war, also... Genau, und wir hatten eins... Bis dahin hatten wir die Oberhand und... Na ja, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!